dass die beiden Fälle den Sportkommissaren vorgelegt werden. Der rasiert einfach den Heckspoiler hinten weg, hat sich angesetzt auf den rechten hinteren Reifen von Sophia Flörsch, hat ein bisschen abgehoben, hat den Spoiler weggerissen. Und den Mut dazu haben, dich einfach, nachdem du mehr oder weniger das Weiße im Auge deines Gegners gesehen hast, dem Preini kommt jetzt gleich daher geflogen, und das ist richtig knapp, guckt sich das einer an, da fährt sie schon an. Fährt schon an, dass die beiden Fälle den Sportkommissaren vorgelegt werden. Der rasiert einfach den Heckspoiler hinten weg, hat sich angesetzt auf den rechten hinteren Reifen. Nachdem du mehr oder weniger das Weiße im Auge deines Gegners gesehen hast, dem Preini kommt jetzt gleich daher geflogen, und den Mut dazu haben. Dich einfach... Von Sophia Flörsch hat ein bisschen abgehoben, hat den Spoiler weggerissen. Dich einfach nicht abgehoben. Dich einfach nicht abgehoben. Vielen Dank.